Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part vom Titan Quest Multiple Slayer mit mir, Fischi, den Dojos, dem Altraum und ja, wir verkloppen jetzt alles, was wir in dieser Höhle ja in dem Tempel finden. Auf sie mit Gebrüll und so. By the way, du hast übrigens in deinen Parts geschrieben, der Tempel von dem und der, obwohl das die Gräber von dem waren und nicht die Tempel. Warte, was? In den letzten beiden Parts. Ja? Ist hier ein Boss? Weiß ich nicht. Erzähl weiter. Äh, da hast du geschrieben, der Tempel von Il-la. Keine Ahnung, wie die ganze Spastik da hießen, ich hab den Namen vergessen. Ja, und das war in deren Gräbern, du, das war nicht deren Tempel. Wir waren aber in deren Tempel. Nein, das war in deren Gräber. Es stand aber dabei, Tempel von dem und dem. Ich hab nachgeguckt. Ja, aber es ist ein Grab. Ja, aber es stand Tempel. Muschi. Ich hab das so genannt, wie es war. Oh, leck. Ich hab's einfach Grabräumung 1 und 2 genannt. Und ich hab übrigens immer noch keinen... Ah, kann ich auch noch mal ist. Kein neun, hat sich. Ja, den holt er sich vielleicht nie. Na doch. Ähm... Also ich hättest nichts dagegen, wenn du alles mal schnell töten würdest. Alter, ich bin ja auch nicht so schnell. Wo bist du? Weiß ich nicht. Das ist ja mein Problem. Muske hier. Also, schenken sie uns. Ja, ich tritt erst mal alle Fallen, die ich finde. Ja, auch. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Mach mal lieber die Dodgers weg, die sind nervig. Alter, hier ist so viel, ich muss alles auf einmal wegnehmen. Ah, hier sind Katsis, stimmt. Katsis. Oh mein Gott, Hilfe. Alter, die Katzen ficken mich gerade. Ja, komm her. Alter, die haben alles von mir gefickt. Nein, jetzt sind wir selbstgeheizt. Nein, jetzt sind wir selbstgeheizt. Sag doch einmal, wir sind überpowered. Ja, es sind schon ein paar mehr Gegner, ne? Ein paar nervig viele. Ist das ein Bossmonster eigentlich? Ich glaube nicht. Nein. Ja. Komm, mach keinen Schaden, Falle. Das willst du doch. Hier, frisst mein Gift, was nichts bringt. Oh, das ist eine Falle. Ja, das ist übrigens fast alles tot. Ja, aber es ist auch die ehklappen vier, die mir die ganze Zeit folgen. Danke. Bitte. Mach der liegt ja weiter, der Wichser. Fick ihn doch. Dann fick ihn doch. Wolfsklaue. Fick ihn doch. Wolfsklaue haben wir genug. Die Viecher haben alles von mir getötet. Den Albtraum, die Wolfis. Hauptsache, die war mal total übel-powered. Was geht jetzt hier ab? Tiefer? Tiefer. Okay, lass mich vor. Vielleicht sollte ich vorgehen. Wäre eine Idee. Weil du auch alle so Viecher hast, die tanken können. Okay, sie können... Alter, ich bin schwerfass gestorben. Ich auch. Ich weiß nicht mal, was? Ich glaube, die... Alter, machen wir nicht. Alter, ich... Boah. Ich bin halt echt in allerletzter Sekunde. Du brauchst mehr Energie. Ich glaube, es wäre besser, wenn du dich um das Fußball kümmern musst und helfe mich um die Priester, weil ich den Yamana einziehe und denen so Schaden mache. Ja, aber es sind irgendwie alles Priester. Ja. Das ist das Problem. Du musst am besten die Katzis töten, weil das sind die Einzigen nämlich wirklich ficken. Mach ich, wenn du wartest. Hier hinten liegt noch Gold. Ja, ich habe mit dem Gegner getötet. Ich dachte, das ist ein bisschen wichtiger als Gold. Nee. Ja. Der Part ist mal wieder fast up to date. Na ja, fast. Eigentlich sind alle immer gut dabei. Ja, maximal eine Woche oder so. Wochenende und dann halt in der Woche. Läuft doch gut. Nichts über Minecraft, aber Minecraft geht es auch bald weiter. Na ja, bei Minecraft habe ich halt momentan das Problem, dass ich nicht mehr uploaden kann. Neider. Ja, und die nächsten Parts auch nicht mehr aufnehmen kann. Das heißt, ab diese Woche Mittwoch kommt bei mir kein Minecraft. Bei den anderen wie gewohnt, aber bei mir nicht. Ja, wenn ich Lust habe aufzunehmen. Mach die Mana-Dinger kaputt jetzt erstmal. Vor allen Dingen, als du auf den Server gegangen bist letztens, und dann bin ich auch noch kurz auf den Server gegangen und Jörg schreckt mich direkt an. Du nimmst gerade auf. Ja, ich weiß. Was? Ich bin eine Sekunde da drauf. Nimmst gerade auf. Alter, Jörg ist dauerhaft auf der Map. Ich bin auch dafür, dass wir das halt immer gleich 30 Parts im Voraus aufnehmen irgendwie an so drei Tagen und dann einfach nebenbei noch zocken. Weil ich muss das dann alles gleichzeitig hochladen am besten. Wenn du in den Internet hast? Ja, genau. Sonst kannst du mir solche Probleme geben, wie jetzt. Nein, gar nicht mehr das hochladen, sondern das aufnehmen. Weil ich sonst halt so ein Internet habe wie jetzt und deshalb nicht aufnehmen kann. Kannst du über Handy hochladen. Ja. Hochladen ist nicht das Problem, aber aufnehmen. Ja, aber wenn wir den ganzen Monat auf... Also wenn du ganz normal jetzt Internet benutzt und nur zockst damit, dann musst du doch nicht alles am Stück aufnehmen. Na ja, aber nur über Handy hochladen kann ich nicht. Über Handy hochladen dauert es bis sieben Stunden. Äh, ein Heel wäre süß. Richtig süß. Megasüß. Megasüß, 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 Megasüß! Ich treffe dich nicht. Ja, okay, ich habe diese eigenen Tränke genommen. Das ist halt das Problem. Wenn du mich heilen willst, gehst du nicht, weil ich immer wegrennen muss. Ja. Bisschen anstrengend. Mach mal bitte den Schrein kaputt. Dann kann ich dich auch heilen. Der verbraucht übrigens Manda, was ich nicht abziehen kann. Beziehungsweise nicht in Energie... negative Energie umwandeln kann. Okay. Das ist mies. Ich pull erstmal alles. Hehe. Wie wär's mit einem da? Bam! Und wir gehen dann auch irgendwie nie auf die, die nicht verwirrt sind und auf die, auf die verwirrt sind, die uns eh nichts tun. Nee, tun sie immer noch was. Ein paar sind dann halt verwirrt und rennen dumm in die, in der Dings rum und ein paar töten uns einfach trotzdem noch. So. Gestärkte Mütze, oh Gott. Ja. Ich hätte mal wieder den, den, äh, für mein Handy, der... Ja. Gut, halt gut. 13 Minuten. Ähm. Aber ich hätte auch mal wieder meinen Sperrcode draus machen müssen, weil es mir gar nervig ist, immer die Scheiße Sperrcode zu machen, weil ich das mal falsch mache. Ja, das kenne ich. Ich kenne das von der Arbeit her. Arbeit. Total viel Zeit. Guck mal, Muschis. Sandflux. Hast du gerade deine Waffen gewechselt? Nein. Hat sich gerade so angehört, hast du jetzt zu weh gedrückt. Das war ungewollt. Hier wäre cool. Nein. Ach, ich drücke mal die falsche Taste. Kann ich auch. Jetzt glaube ich runter. Mhm. Geht das noch lang eigentlich? Prometheus, das war, das war dieses Feuerteil. Davon haben wir auch so, äh, Essenzen. Ja, es gibt, äh, die Gruppe des Prometheus, das ist dieser Plan da, der ganz toll ist. Ach, stimmt, das sagst du mir jedes Mal, nachdem wir in Tell King jetzt hörtet haben, oder irgendwas jetzt hörtet haben. Und ich vergesse jedes Mal, was es war. Ja, ja, genau. Ähm. Oh, guck mal, Konstrukte wieder. Hallo. Hey, den machst du so unglaublich viel Schaden. Was? Dann machst du den, du unglaublich viel Schaden. Was? Du machst den längst unglaublich viel Schaden. Ich töd lieber diese anderen Viecher. Geht schon. Also den Schaden, den ich dir mache, die können ja kein Element Schaden haben. Nein, Albtraum macht der auch Element Schaden. Nein, Traumschaden macht der. Ja, auch Element Schaden. Ja, aber ich mach den Zombies mehr Schaden, weil die haben eine hohe Resistenz, also die anderen haben eine hohe Resistenz und die Zombies halt nicht. Alles tot. Du musst mich ehrlich so nach jedem Kampf heilen, das wäre super. Ja, warte. Wie gesagt, wenn du immer mitten in meinen Viechern stehst, dann halte ich immer auszusehen, irgend so einen dummen Wolf. Und die sind immer ersetzbar. Warum dumm? Das ist... Die sind nicht dumm. Freddy, wenn du immer vorrennst, äh, kriegst du auch immer den meisten Schaden, ne? Ja, das versuche ich aber auch. Ich tanke, weil ich der DD bin. Ja, genau. Tanke, weil du der DD bist. Ähm, das klingt nach meiner Maustelle nicht. Die einbalsamierten Priester werden übrigens zu Seelen, hab ich rausgefunden. Ja, hab ich vor den letzten drei Höhlen schon rausgefunden. Oh, das hast du nie gesagt. Nein. Ja, der ganze, der Mensch hat mich übrigens so ein bisschen. Ich hab dich getroffen oder nicht? Keine Ahnung, ich glaub nicht. Dann ist gut. Okay. War's das jetzt langsamer mit der Prometa scheiße? Ich hab übrigens jetzt schon noch 14, äh, 14 Energietränke. Ich hab 13 Heiltränke und 16 Energietränke. Ja, ich verballer die ganze Zeit Energietränke. Die ganze Zeit. Der muss mich auch heilen. Ja, das sind aus dem Beschwöchel dauernd neue Viecher. Ich mach Schockwellen. Heißt mich, heißt mich nochmal. Äh, dance. Hab ich's aufgesammelt? Ja. Ich hab's aufgesammelt, glaub ich. Ja. Mein halbes Inventar ist voller Goldschmuck. Ja, meins auch so ungefähr. Ja, Relive haben wir jetzt reich damit. In Titan Quest haben wir einfach den Dreck mit. Ja, genau. Ich krieg schon wieder Hunger. Ich muss echt Dreck gesagt haben. Nein. Nein, aber ich muss echt nochmal einen Targetplan einhalten. Dann würde ich viel besser funktionieren. Den ich heute Morgen aufgestellt hab, weil ich keinen Bock mehr hab, so ungeplant hochzulein. Guck auf mein HP. Jo. Erstmal looten. Ja, hab ich gemerkt. Hast du zur Kenntnis genommen, dass es vertot ist? Ja, ist zur Kenntnis genommen. Jetzt kommen wir zu der Halle. Fickt die uns? Nein, wir sind beim Timpinen. Nein, das ist ein Sandspuck für uns. Diehst du doch. Ach, der ist ja hallo. Oh, lag das. Aber mir geht eigentlich. Der macht mir irgendwie gar keinen Schaden. Ist das normal? Weiß ich nicht. Der ist auf der 28. Ich bin auch auf der 28. Du auch. Oh, der hat gar keine Energie mehr. Ich höre mal den Kleinten. Hab ich, glaube ich. Ich auch. Ja, irgendwie macht der mir überhaupt keinen Schaden. Ja, weil ich grad tanke. Und der macht mir 100 Schaden pro Schlag. Maxi macht... Ich hab den kaputt gehealt. Achso. Du hast eine kündliche Truhe. Direkt los, rein. Eine Truhe auf. Ich hab sie jetzt von Anfang an gesehen. Ach, keine Formel Himmelsfeier. Hab sie, glaube ich. Hab ich. Fuck! Äh, Essenz von Blitz-Toyce, Mechanik-Teil, Spektal-Materie, Blitzschaden. Jo. Ich bin voll! Was zur Hölle? Ja, keine Angst. Ich nicht. Müssen wir da ran? Ja, lass erst mal zum Händler gehen kurz. Ich bin auch voll. Äh, wo war der letzte Teil der Könige jetzt hier? Es ist an jedem Portal ein Händler. Außer an... Dingens. Du hast keinen Platz mehr. Du hast keinen Platz mehr. Außer an... Dem einen. Äh, Gizeh war das, ne? Mhm. Gizeh war was? Da war keiner. Ja. Ich hab übrigens Essenz von Thess Verrat für dich noch. Schmeiß einfach hin. Nigger. Hallo! Tschüss. Da. Da kann ich gar nicht rauswerfen. Ach du Scheiße. Warum haben wir einen Zepter der Ewigkeit? Wofür ist das? Alter, wie die übertreiben. Ich hab, ähm, Armschienen mit 64 Rüstung plus 16 Rüstung. Kann man machen. Kann man, muss man machen. Ich hab hier einen Ring mit 26 Geschicklichkeit. Läuft. Ich hab ein Amulett mit 20 Stärke. Eins von 15 Intelligenz und direkt alt verkaufen. Gold ist das Wichtige. Scheiße, jetzt hab ich was verkauft, was ich wollte. Ähm, Moment. Ich hab ne Essenz verkauft, versehentlich. Amulett mit 13 Geschicklichkeit. Naja. Ich hab eins mit 8% Stärke. Ring mit 23 Geschicklichkeit. 25 Intelligenz. Ich wusste, Caravan war der letzte in? Ähm, Forgysee. Schlicht, schlicht, schlicht. War nicht in, ne, vor allem war glaub ich keiner. Nein. Ähm, nein. Nein. Oh, hat das gerade geleckt. Weil du reportet hast. Wahrscheinlich. Könnt's ja mal vermuten, würde ich sagen. Tschüss. Äh, ich hab ein Schwert für dich eventuell. 27 bis 29 Schaden plus 13 Geschicklichkeit. Näh. Bin zufrieden mit meinen Sachen. Okay. Aber wir haben übrigens Auspanzer einmal fertig jetzt. Nice. Ähm. Spektral Materie auch. Okay. Äh, 60 Rüstung. Was? Boah, das gibt's so viel Energie, ey. Scheiße. 64. Och man, diese Sachen sind alles so super gut. Schlecht? Oh, was war das Gehördeste? Sieht voll geil aus. Ist voll scheiße. Und welche Stadt bist du? Äh, immer noch Portal, da wo wir waren. Portal, äh, Könige. Ich komm jetzt aber nach, äh, Memphis. Okay, dann schmeißt du das vor das Portal. Mhm. Ah, wir haben noch... Äh, fünf Minuten. Glaubst du, wir schaffen noch was Produktives? Wir müssen jetzt einfach noch zum Orden gehen. Ja, wollen wir das schnell machen gleich? Ja. Kannst du dich beeilen damit? Ja. Giese liegt, Alter. Kopf ich damals zurück. Wir können sonst auch kurz die Aufnahmen unterbrechen, wenn du willst. Nee, muss nicht sein. Gut. Ich kann das für dich tragen! Ähm, ja. Ich muss sowieso noch gleich kurz zurück. Hab noch ein bisschen goldene Sachen aufgesammelt. Ich pop hier aber zurück nach Themen, weil's dort schädlich ist. Mach das. In Themen war auch ein Händler, ne? Wir haben das Fahrrad fertig. Vielleicht. Schon wieder. Ähm. Nee, hier wollte ich wieder hin. Ich kann diese Sachen jetzt zweimal. Das mach ich auf der nächsten Fall. Das Umschmieden von der Rüstung. So, noch vier Minuten. Kopf dahin. Ja, ja. Ich bin schon auf dem Weg. Da steht. Ich glaube, wir müssen das Zepter jetzt in den Altar der Ewigkeit packen, oder? Ja. Bist du da? Ja. Eins, zwei, drei. Danke. Jetzt vergesst du mir den noch. Nee, ist entfernt. Was ist weg? Auf nach Orient. Na klar, YOLO. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich so weit bin in diesem Spiel. Bei mir nicht. Ich weiß gar nicht, wie weit ich gespielt habe. Ich glaube, ich habe das Tebo da so mal geschickt. Oh, da ist eine Quest. Bei Ihnen, Anna. Ich hatte gedacht, diese Portale seien ein Mythos. Wie hast du es benutzt? Na ja, die verkaufen ja hübsche Ringe. Bitte. Ja. Ey, also sie sehen einfach nur gut aus. Also sie sehen nicht gut, aber... Alter, die Waffen wären was für dich. 31 bis 35 Schaden. Was ist das für Viecher, tropische Spinne? Ich hasse Spinnen. Wiedersehen. Wo bist du? Ich bin weitergegangen. Warum? Weil ich dachte, wir gehen weiter. Chill mal, wir müssen jetzt noch nicht diesen Orient erforschen. Das können wir auch im nächsten Part machen. Ja, aber ich wollte wenigstens schon mal zum Brunnen gehen. Das haben wir ja. Ja, und jetzt können wir noch die Glanzhütten hier rumstehen. So, und jetzt können wir den Part auch beenden, wenn du möchtest. Ja. Denn wir haben noch zwei... Okay, wir haben noch zweieinhalb Minuten. Egal. Ja, okay, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Patrick gefallen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.